so wo ist denn wo ist denn wo ist denn was mit dem geständnis da ist er doch hallo sie liebt um als bauernhof beziehung plus 2 spiel beginnen hast du zu irgendwas bestimmten lust ich komme einfach mit erst mal karte gucken so was ist denn das da wippen wippen schaukeln und dann dahin oder finnischen plan komm mit sie läuft mit die kann sich porten heißt die stadt darum portier man weiß es nicht können wir hier eine weile spielen wird drei points war ach du schreibe nur nicht countdown das stimmungsmeter richtet sich nach deinem verhalten im minispiel wippen sagte dein partner wie hoch oder niedrig er sie wippen will du kannst die kraftanzeige entsprechend anpassen drücke und halte a bis die kraft im roten bereich der anzeige erreicht kannst du mich weniger hoch rücken und sie hätte nicht erwartet dass das lebensgefährlich wird ok das muss man ja erst mal rausfinden hier wir gehen erst mal dahin und dann glaubt gehen wir was trinken spielzeit beenden gruppenfoto unterhalten da sagt sie nur dasselbe wie kann ich denn hier keine ahnung das geht wohl nur hier oder aber natürlich können wir uns hinsetzen emelinchen plaudern kompliment machen auf meinem schoß sitzen lassen erst mal plaudern oma hat mir viel von opa erzählt er war ein abenteurer ich wollte lange in seine fußstapfen treten in all die berühmten ruinen tauchen relikte finden und kais in der ferie verlieb bekämpfen haha aber dann wurde ich erwachsen und das echte leben kam mir in die quere aber verstehe mich nicht falsch ich liebe mein leben wie es jetzt ist was soll ich sagen deine tiere sind so munter du arbeitest sicher hart um dich so gut um sie zu alle zu kümmern obwohl du auf einem bauernhof arbeitest hast du weiche haut vielleicht tiger liegt er dann im ganzen dumm und mist und so ne keine ahnung es macht mir spaß draußen zu sein also stresst mich meine arbeit nicht ich habe versucht jedem tier auf dem hof einen namen zu geben aber inzwischen sind es so viele dass ich aufgegeben habe geschenken kostet zwei punkte problem ist ich habe kein geschenk für sie dabei wir könnten nochmal ein kompliment machen wir könnten plaudern probieren wir es nochmal oh 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 danke ich benutze sonja aus gesichtspflege die wirkt richtig gut jetzt kann man sie nur noch beschenken dann gehen wir ich bin jetzt mal mutig möchtest du hier schaukeln drei points jawohl das spiel hat zwei runden du bewegst die schaukeln mit hilfe von l tipp achte auf deine schaukelgeschwindigkeit damit du nicht runterfällst passe deine schaukelgeschwindigkeit so an dass du mit deinem partner synchron schaukelst wenn ihr ziemlich synchron seid nimmt der fortschrittsbalken zu spiel countdown wenn der fortschrittsbalken voll ist erscheint eine taste drücke sie sobald du sie siehst also das habe ich verhunzt das müssen wir nochmal üben au danke nächstes mal wird sie uns nicht so drängen das haben wir vergeigt so einen punkt haben wir noch da vorne können wir noch was machen ach hier drin hallo ach ja 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 denn den die denn Kommt die noch? Die kommt doch wohl nicht rein oder was? Hä? Wo soll denn das hier sein? Ist doch hier. Kaffelrunde. Drüben kann man Feuerwerk machen, da haben wir aber Gains. Und jetzt? Ach jetzt kommt sie erst. Na. Und jetzt können wir da hinten wahrscheinlich nur wieder das komische Ding da spielen? Ach so, hier einfach mal hinocken und so kann man sich nicht oder was? Spielzeit beenden. Hm? Meille. Alla. Oh, das ist ja eine Glanzleistung hier. Neun, wow. Ich habe gehört, du seist ein Ballonscharfschütze. Willst du es uns mal vorführen? Oh oh. Alter, fetzen die schnell hier. Boah. 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 Na, der wackelt mir zu sehr. Ich sagte, mein Chat ist nicht gut. Ach jetzt kostet's wieder Geld, na aber toll! Nicht jetzt? Wow! Oh Mann jetzt! Ey, der bescheißt jetzt aber, oder? Alter, geht halt noch mehr ab, oder? Misch! Wow, du bist wirklich gut! Spielen mit M&E endet, Beziehung plus 6. Ich kann nicht glauben, dass unsere Verabredung schon vorbei ist, da sollten wir wieder... Jetzt auf einmal Verabredung? Ich dachte, das war ein Spieletreffen? Hallo! Ja, da sagt sie wieder dasselbe... Hm! Echt jetzt? Als nächstes nimmt sie Stein! Wow! Wow! Die bescheu ist... Ha! Meiner! Hey, come on jetzt! Wieder meiner! Ah, nö! wenn ich wieder von ihr als nächstes nimmt sie stein ich habe gewonnen ich habe kein glück das war können emily das war reines können so ein paar brauchen wir noch 20 na geht doch da geht aber einen noch kommt das kriegen bei sag ich doch was für ein ding reise aus dem osten brauchen wir so das war das dann genau dann müssen wir jetzt zu albert warum muss ich das albert bringen das ist doch beschiss der soll doch selber hier gucken und machen und und spielen erst einmal da muss man rein erst einmal holen wir unseren auftrag so ne 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 mit kleinen schultertaschen habe ich echt miese erfahrungen gemacht ne ne das lassen wir mal lieber so albert ist sicher wieder in seiner putze oder in der augen gehen ne 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 haben wir mal denナen bet силen so ist aber drin stimmt habe ich ja vorhin nachgefüllt wow du hast es getan danke vielmals mein freund ich hoffe du denkst nicht schlecht von mir weil ich das mädchen so über umwege erreichen will es wird einfach kompliziert wenn ein bester freund ihr bruder ist mit diesem buch werde ich das mädchen meiner träume beeindrucken wieder voll hallo ginger hinterhalten ich fertige wirklich gern kleine schmuckstücke an aber es ist schwer für mich die rohstoffe zu sammeln ich will meine familie damit nicht beherrigen weil sie alle so viel zu tun haben ja ja ich weiß und wir haben es vergeigt hallo nein danke so so irgendwie wollen die jetzt echt rum stressen so hallo philis so schalte mal wir gehen mal da rum machen wir mal ein neues wieder ein bisschen der foto was ist denn das da ich glaube da kommt das museum hin so dann machen wir erstmal foto von philis hätte ich beinahe gesagt von petra und mörlen ich kann nicht glauben dass du meine wichtige forschung wegen eines fotos unterbrichst komm schon mach schnell alter will jetzt bleibt doch mal stehen nur nudel so kann ich dann nicht weiter rum sehr wohl schuld komm schon so so petra schnuffele petra 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 ist gar nicht da das ding da soll immer noch machen da ist petra petra oh ein foto von mir bist du sicher dass du nicht nur eins von mörlen willst was alter bleibt doch mal stehen so gott wenn du vier fünf acht acht fünf acht für fünf danke so haben wir aber und dann brauchen wir das blöde ding da jetzt kann wenigstens weglaufen mach schon so haben war hoch dann brauchen wir noch war schon zentrum ab von außen das klappt jetzt wieder 15 mal nicht feuer okay das war gerade aber schon ein bisserl ein mega delay oder den traum bot da hatte aber du bleibst da mal so wollen wir mal gucken hier ich und fotos machen das konnte die noch nie das speichern wir mal also ich habe gedrückt für speichern danke aber das ist gezählt oder 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 wo ist Hallo, Emily. Hallo, May. Alles fertig? Mal sehen. Oh, Petra sieht auf diesem Bild so süß aus. Ja, süß von hinten, ne? Sieh es dir auf jeden Fall in meinem neuesten Artikel an. Ach aber, Beziehung zu May hat sich geändert. May wurde deine Bekannte. Voilà. So, dann. Genau, bleibst du da stehen. So, hier passt alles. Die habe ich nicht geknuddelt, ne? Das wollten wir mal bleiben lassen. So, die nehmen wir dann mal da. So, wie viel haben wir denn jetzt? Erstmal auffüllen. 228? Nein, doch kein Glas. So. So, der braucht nur 12 Stunden. Das ist bis in der frühen Sinne. Der ist gleich, der ist fertig, wenn wir aufwachen. So, den machen wir wohl. Den machen wir wohl. Den machen wir wohl. Sieben Stunden. Warum ist der Benzin aufgebrochen? Was soll der Mist? Der hat noch. So, der ist fertig. So, der ist fertig. So, ich stehe einfach fertig. Okay, der ist noch nicht fertig. Machen wir doch mal. Was braucht denn der? Ab genutztes Fell und Pflanzenfaser. So, der hat auch genug. So, der ist teuer. Qualitätsleder, brauche aber Pigment, brauche aber Pigment, gute Morsche, Kelly Killer, na, Essen gewunden Und dann, hä, da sind wir, da und da Hier und da und da So genau, dann brauchen wir hier und hier So, Abzeichen Ja Ja, bin ich jetzt Play oder was? So So, die da und die da So, müssen wir einmal, so, der geht ja nicht Hier und hier, Kelly Killer, nachher auch ein bisschen Bock Mario Kart nur zu fahren Aber da muss ich mal komplett voll machen, ne So, hauen wir den mal da rein Mal gucken, gerade noch was arbeiten, auch immer noch So, du mal auf die Uhr geguckt, by the way So, hier Oh, mehr geht nimmer Was arbeitest du denn noch? Machst du dir denn irgendwelche Datenbanken kaputt? So, dann hauen wir die da auch nochmal Oh, die sind fertig oder was? Ne Und plumps, und plumps Aus irgendeinem Grund hat sich bei einem Kunden auf allen Rechnern die Datensicherungssoftware abgeschossen Oh, das ist ungeil Also besonders für den Kunden So, haben wir das Aber dann verstehe ich, dass du um Blühzeiten arbeitest So, machen wir den da auch Ah, der hat noch 30 Stück Nein, nicht reiten Interaktionen Oh, ich kann gar nimmer streicheln, ok Gut, wer mischt das? Fieschen nicht mehr reiten kann Geh mal Bett Schlafen Tag 19, Monat 4, Jahr 1 Aufstehen So, haben wir schon wieder Freitag Dann bin ich schon wieder die ganze Woche rum Und ist schon das passiert? Komm schon Geh in der Post? Äh Hallo? Tan вол Ja Ja Äh Ja